also ich konnte es noch nicht live beobachten aber anscheinend tritt es nicht mehr auf dass nach und nach nur ein turm weg gesnitert wird zwei dreiviert sekunden pause ein turm weg gesnitert weg und so weiter hätte ich hier unten ja gesehen also die türme scheinen zu funktionieren das ist sehr gut ich hätte gerne noch mal ein super produktivitätsding aber das werde ich nicht jetzt machen wenn ich noch so ein super produktivitätsding hier anbau dann haben wir gar kein strom mehr also das lassen wir ich baue weiter die da ganz viele davon damit unser akku immer größer ist damit die solarzellen die wir jetzt frisch gebaut haben auch was zum befüllen haben und noch mehr muni ja gib mir gib mir zack so wie viel brauchte ich für ein so ein ding ein okay warum mehr davon es fehlt rosmaragd rosmaragd ist hier hinten eine handvoll sollte reichen so heilbarnstadt kann batterie gut brech die bitte wieder ab und das dauert jetzt ein bisschen aber gut wir haben ein bisschen erst stimmt da war auch noch eine sache ich hatte ja vor kurzem gefragt warum werde ich plötzlich so langsam das hängt damit zu tun hat damit zu tun dass der eine fusionsreaktor es nicht schafft alles hier auf einmal zu verbrauchen versorgen weil es hat nur ein output von 750 watt und die dinger brauchen allein schon 200 jeweils ich kann ja mal von der ganze weile geradeaus laufen die batterie geht runter der fusionsreaktor kommt nicht hinterher nur mit dem laufen wenn er dann gleichzeitig noch schilder auffüllen muss dann ist vorbei das heißt wir bräuchten einen zweiten fusionsreaktor auf unserem rücken was bestimmt nicht so ein schönes gefühl ist zwei fusionsreaktoren auf dem rücken zu laufen und wir brauchen dennoch mk2 batterien das fühlt sich sehr schnell auf wir brauchen trotzdem mk2 batterien damit der puffer einfach größer ist damit sowas nicht noch mal vorkommt komisch dass die sachen nicht eingesammelt werden da du weg du rein drei magazine von der superpiu-piu munition sollte eigentlich reichen um die basis zu zerstören da oben ich vertraue jetzt auf den allmächtigen autosave geht er hoch und versuche jetzt noch auf warte vielleicht sollte ich erst den fusionsreaktor bauen gehst du schnell relativ ja also habe ich gleich das gleiche rolle wie vorher ich könnte einfach schilde raus rupfen dann versuche ich die schilder nicht mehr aufzufüllen aber so können wir noch schnell davon welche bauen schnell ist gut du willst jetzt erstmal zehn stück da von denen also mit schnell ist schon mal gar nichts dann gib mir bitte wenigstens eine extra batterie und baue jetzt bis zu zehn stück davon also einfach neuer test ich guck mal ob das ding stark genug ist so du läufst einfach weiter hier kommen alle mit energie ist okay stromverbrauch für die basis ist jetzt in der norm low forest wo ist die nächste basis spawner kaputt zwei stück ganz vielen saftigen alien artefakten stromverbrauch 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 aber ich habe noch nicht mal ein magazin verbraucht das ist sehr gut und jetzt die könige das ist ein problem die königinnen ich glaube ich helfe mir doch ein bisschen mit auf wenn es teuer ist so leiche mitnehmen leiche mitnehmen und das sollte ich jetzt hier noch mit den türmen ja sehr schön das heißt hier oben ist jetzt nur noch ein spawner lauf keins was bist du also du bist ein spitter spawner oh mein schild ist ganz schön runter habe ich gar nicht drauf geachtet okay mach kaputt lass mein schild regenerieren verstecken gut schild regenerieren batterie regenerieren bessere batterie bauen wieviel kannst du speichern 5 kilo joule du schaffst 1 kilo joule ja gut ist dein platz sparen ich hätte gerne wo sind die leichen die zwei königinnen leichen abgeladen gut die sind stinkig kann ich nachvollziehen ich laufe trotzdem mal raus und an denen vorbei oh saftige oh ein königinnenspucker ist glaube ich auch neu warum mache ich das da hinten kaputt so laufe ich hier weg 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 den da lasse ich erstmal erst muss ich diese welle jetzt überleben weil das sind doch recht viele könnte ein bisschen weh tun genau guck mal mit lauf ein bisschen im kreis bloß bloß nicht die mauern angreifen mit sechs könig 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 auch geschossen ich hoffe strom ist okay ja schaut sehr gut aus okay vorbei das ist nicht vorbei wir haben es gleich wieder abends das ist wieder stromtechnisch ein bisschen problematisch aber es sollte okay sein bitte mach das mal auf du raus du rein raus 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 bau einen davon da kommt eine königin angekrochen das ist okay ich will erstmal nur ne du bist mir egal ich will nur die ängerte Fakte ja ja spuck mich doch an ist mir doch egal so nur noch zwei magazine also eigentlich 1,75 oder so runter ich will nicht im dunkeln das ganze nochmal machen also gute ausbeute ja hatten wir die schon bevor ich da hingelaufen bin 132 erinnert Faktor sehr komisch ähm bitte produziere doch mal noch mehr erinnert Faktor ja das ist sehr komisch ich war mir ziemlich sicher dass ich schon 132 hatte bevor ich da die 4,5 nochmal eingesammelt habe hm aber gut ich hatte eh zwei Leichen ins System geschmissen die sollten eigentlich schon abtransportiert sein genau das heißt demnächst dürften auch hier Eier wieder auftauchen so Strom Strom ist okay super dann bau bitte bau bitte davon wieder mehr dann hauen wir die Batterie da rein und ich denke sobald es gleich wieder hell wird was ja echt schnell geht bei uns momentan laufe ich zur nächsten Basis und mach das genauso dadurch passiert dann wieder das was ich eigentlich nicht wollte nämlich ich krieg weniger Gegner und weniger Gegnerheiz, weniger Knochen, weniger Edelsteine und so weiter. Aber ich habe so eine kleine Atempause. Und in der Atempause kann ich halt die ganzen Akkus aufbauen, die Solarzellen aufbauen, die Steam-Engine-Geschichte endlich einheitlich umbauen und nicht mit drei verschiedenen Systemen arbeiten und 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 und. Und da ist ein Snipe. Oh nein, ist schon gut. Ja, scheint echt super zu funktionieren mit dem Sniper-Torben. Vielen Dank für den Hinweis. So. So, haben wir die Falschen, ne? Ja. Waren wir die Falschen. Aber ich wollte es ja eh hier farblich einheitlich machen, das ist schon okay. So, was wollten wir noch? Wir wollten die Solarzellen ersetzen. Das haben wir nicht so wirklich gemacht. Wir haben oben die neuen gesetzt. Wir wollten die Rüstung bauen, aber dazu fehlen noch die Module. Vor allem fehlen die grünen Module. Die sollte ich überhaupt erst mal machen. Das hier war gedacht für Komplett Speed, das war gedacht für Komplett Produktivität. Hier dann. Ja, mach mal da. Haben wir noch Fabriken? Auf Tasche. Ja. So, du machst jetzt bitte Modul, Effektivitätsmodul. Du machst das Zweier, du machst das Dreier. Wir brauchen nur das Dreier zu bauen. Richtig. Effektivitätsmodul 3er. Ja. Das Gunmittel alloy ignoriere ich erst mal. Da will ich nicht drüber nachdenken. Ich will jetzt mal die anderen Sachen vorbereiten, dass das so weit okay ist. Also, rote Kiste links. Weep, 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 ist okay. Wo ich gerade dabei bin, mache ich das hier auch. Sonst frage ich mich in drei Folgen wieder, wo die roten Kisten hinkommen. Du, wir haben nicht genug Kisten. Bau blaue Kisten, bau rote Kisten. Bau einfach viele Kisten. Ärmchen rein, 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 rein. Raus, 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 raus. Haben wir überhaupt genug grünen Chips inzwischen? Nö. Das heißt, die Module da werden nicht so wirklich gut arbeiten. Woran liegt das denn? Kupfer wahrscheinlich wieder, ne? Wir haben nur eine Schmelze, die Kupfer macht. Du bist zwar schön effektiv und so, aber... Furnace MK3. Wir haben auch keinen schnelleren Furnace. Nö. Ja. Ich könnte dich mal umstellen auf... Schrift rechts, Schrift links. Dreckiges Kupfererz. Haben wir auch sauberes Kupfererz vielleicht über? Nö. Nur dreckiges. Ja, dann mach du auch mal deine Arbeit. Also wir haben jetzt zweimal Kupfer, dreimal Eisen. Eisen ist auch gleich wieder aus. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Stahl. Ist bei zwei Kars. Müssen wir nicht unbedingt. Strom ist okay. Gut. Ich crafte nichts. Also craft bitte für mich. Die guten, richtigen davon, ja. Piu, 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 piu. Und 5A. Naja, sehr gut. Bau bitte fünfmal das da. Oh, und immer wieder schön... Kupferen wegen Edelsteinen. Ich würde ganz gerne die nächste Basis kaputt machen. Das heißt, ich brauche euch. Die sind alle gar nicht angeschlossen, ne? Arbeite bitte mal. Hier weiter. Also nur grün soll ich jetzt gerade arbeiten. Alles andere könnte ich zwar auch, aber wir brauchen zu viel Strom. Das haben wir nicht wirklich über. Ähm, du... Wie viel brauchtest du davon? Recht viel, ne? Ja. Wir haben vier Polished Emeralds. Bau bitte. Noch vier von Dämonie. So. 15,30. Gehen wir töten. Töten, töten, töten. Und hier ist kein Sniper-Torpen. Hallo, Königin. Aber, Königin, bist du im Einsammelgebiet? Äh, nein. Komm mal mit. Leiche. Richtig. Du hattest keine Leiche dabei. Du bist sehr komisch. Habe ich dich automatisiert? Anscheinend. Schade. Gut. Oh, hallo. Gerade ein Angriff hier. Äh, ja. So. Okay, ein Spawn habe ich geschafft. Jetzt ist mir das zu unheimlich. Erstmal alles drückt zur Basis. Ihr macht kaputt. Ich habe auch nur noch ein Magazin. Soll ich mich gleich erinnern? Hält sich aber noch. Noch. Jetzt sind die Akkus schon wieder. Ja. Keine Solarpower mehr. Oder immer wie. Was? Ich wollte gerade sagen, warum produziert ihr noch Strom um 9? Da kommt meine neue Sparagde. Okay. Da kommt meine neue Sparagde. Alles gut. Okay. Also, jetzt erstmal kurz nicht angreifen, damit wir in der Nacht nicht noch mehr Gegner ranlocken. Weil wir sind jetzt schon auf 50% Akkus. Das ist nicht gut. Ähm. Und die guten Akkus kamen hier hin. Pretzel, Pretzel. Ja, kein Strom. Ja, trotzdem will ich euch setzen. Lila kam hier. 1, 2, 1, 2. Ähm. Das ist doof. Du musst weg. So. Ähm. Dahin. So, Muni kommt. Haben wir es gleich mitternacht. Das heißt, wir haben es gleich wieder morgen. Da schaut es mit Kupfer aus. Eisenplatten sind wieder hoch auf 1k. Kupfer kommt absolut nicht hinterher. Also, wir haben 34.000 Kupferherz. Das ist nicht das Problem. Aber die schmelzen, das checke ich nicht. Was macht meine Grünschiff-Fabrik? Die arbeitet bestimmt nicht durchgehend. Ja, weil kein Kupferdraht da ist. Ist kein Kupferdraht da, weil... Haben wir vielleicht irgendwas hier unproduktiv gemacht? Bei meinen radikalen Rausreiß-Umbauaktionen. Ihr seid alle schnell. Ich glaube, das ist nicht gut. So. Ihr seid auch alle schnell. Das könnte jetzt schon geholfen haben. Meinen Stromverbrauch nicht unbedingt. Wow, das waren die Töne. Alle geschossen, alles tot. Und jetzt haben wir keinen Kupferdraht. Untertitelung des ZDF, 2020